Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir machen heute was mit diesem grünen Lümmel und zwar machen wir heute eine Bowl. Für diese Bowl brauchen wir noch so ein bisschen Tomate, Avocados und viele andere Dinge. Das zeigen wir euch jetzt in unserem Video. Als erstes werden wir gleich Sushi-Reis kochen, aber jetzt kommt erst mal unser Intro. Intro ist vorbei, jetzt werden wir Reis kochen. Ich habe hier Sushi-Reis, davon tue ich zwei Cups, ich habe hier so einen Cup, davon tue ich zwei Cups in meinen Behälter von meinem Reiskocher. Natürlich voll falsch rum, kann gar keiner sehen von euch, was ich hier tue. So, jetzt kann man das sehen. Zwei Cups. Ich bin jetzt dabei den zu waschen. Wenn man das Wasser sich jetzt ansieht, ist es komplett weiß. Das lassen wir jetzt mal ab und dann müssen wir halt jetzt bestimmt noch ein bis zweimal spülen, bis der richtig schön sauber ist. Im Vergleich zu eben ist das Wasser jetzt schon fast absolut klar. Das reicht uns aber komplett aus. Ich lasse das Wasser jetzt hier ab und dann können wir da gleich zweieinhalb Cups Wasser drauf tun und unseren Reis kochen. So, ein Cup ist schon drin, das zweite, jetzt kommt noch ein halbes und dann können wir den Kocher zumachen. So, Klappe zu. Einmal auf Menü, dann einmal auf Sushi einstellen. Da steht Sushi. Einmal auf Start und das war es schon. Jetzt warten wir darauf, dass der Sushi-Reis fertig ist. Es gibt eine Pause und ein Käppchen. Ich schneide mir jetzt gerade noch mal schnell eine Chili runter. Wem die zu scharf ist, der schaltet jetzt besser ab. Nein, Scherz. Der schneidet den halt einmal lang auf, nimmt sich da die Kerne raus, das Kerngehäuse. Das macht das Ganze halt so extrem scharf oder kauft sich etwas größere als wir die immer verwenden, weil die sind schon scharf. Also da ist schon ziemlich Leistung hinter. Ich mache die verhältnismäßig klein, weil ich habe keine Lust hinterher so riesige Lappenlapfhund auf der Zunge zu haben. Das stört mich auch nicht. Ich brauche die jetzt, um da gleich unseren Tofu ein bisschen zu marinieren. So, ich habe mir eine Glasschale genommen. Da habe ich jetzt meine Chili schon reingetan. Da tue ich jetzt ein bisschen Dark Sojasauce drauf. Auch ein bisschen Ketchup Manis. Wer kein Ketchup Manis hat, kann auch gerne Austernsauce oder so nehmen. Das geht auch wunderbar. Schmeckt ein bisschen anders, aber nicht viel. Wir waren in unserem Asiarmarkt unseres Vertrauens und haben uns Rauchtofu gekauft. Den werde ich jetzt gleich klein schneiden und dann kommt der schön in meine Marinade hinein. Ich schneide mir den jetzt in ein Viertel. Sieht aus wie so kleine Tafel Schokoladen. Ist aber keine Schokolade. Zum Glück. Sonst würde ich es nicht essen. So, jetzt habe ich die alle klein geschnitten. Wenn ihr großen Hunger habt, könnt ihr natürlich auch mehr nehmen. Ich tue die jetzt hier vorne in meine Marinade und da bleibt er halt jetzt drin. Das ist die Zeit, über die unser Reis jetzt auch braucht. Das ist eine gute Zeit. In der kann auch unser Tofu jetzt hier wunderbar eingelegt sein. Es geht weiter. Erstmal Licht. Zu viel, aber... Oh Mist. So besser? Ne, bisschen mehr. Genau. Sehr schön. So. Unser Sushi-Reis ist fertig. Ich habe hier schon wieder Essig in der Hand. Reis-Essig. Davon tue ich mir so ein bisschen was in meinen Topf. Weiß ich nicht. So Pi mal Daumen. Ich schreibe das wieder auf einen Einkaufszettel und dann seht ihr die Mengen. Also ihr habt das ja jetzt gesehen. Das ist jetzt so... Ich glaube das ist eine gute Menge. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Genau. Jetzt machen wir mal den Herd an. Ich stelle die mal so auf 3. Wahrscheinlich wird der eine oder andere auch meckern jetzt darüber, dass ich keine anständigen Angaben mache nach der Menge. Aber das Problem ist einfach, dass ich ganz viel so frei aus der Hand mache und es mir schon ab und an ein bisschen schwer fällt, da so Mengen anzusagen. Also ich habe da jetzt ein bisschen Zucker rein getan. Ich tue da jetzt noch mal ein bisschen Salz dazu. Meistens ist es zu wenig Salz. So. Das Ganze erwärme ich jetzt und muss sich auflösen. Und dann kommt das gleich über unseren Reis. Wie gesagt, unser Reis ist ja fertig. Deckel auf. Ich nehme mir den jetzt da raus. Ich habe hier so ein hölzernes Teil. Ich weiß nicht, wie das heißt. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie das Ding heißt, wenn ihr das wisst. Ich kann mir das immer nicht merken. Jetzt tue ich mein Reis da hinein. Ich tue jetzt meine Vinaigrie vorsichtig über den Reis. Und lockere mir meinen Reis jetzt schön so ein bisschen auf. Das muss man nicht mit so einem Teil machen. Das kann man auch mit einer Gabel machen. Aber es muss halt schön verteilt werden, dass überall schön von unserem Gewürz rankommt. Dann bekommt der diesen klassischen Geschmack vom Sushi Reis. Eine Frage. Kann man auch mit dem Holzlöffel? Ja, natürlich kann man das auch mit dem Holzlöffel. Klar. So. Nicht matschen. Weil dann verklebt er völlig. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schon, dass er so ein bisschen locker ist. So. Der muss jetzt so ein bisschen abkühlen, weil so heiß wollen wir den ja gar nicht. Und in der Zwischenzeit können wir uns halt um unser Gemüse kümmern. Ich möchte gerne als erstes den Rauchtofu mir anbraten. Der hat jetzt schön eine Dreiviertelstunde da gezogen in der Marinade. Genau. Jetzt mache ich mir erstmal mein Öl heiß. Jetzt tue ich mir mein Tofu schön in mein heißes Fett. Hallo? Wo ist denn das heiß? Gut. Also ich tue das Tofu jetzt in mein kaltes Fett und hoffe, dass das demnächst mal hier losgeht und werde mein Tofu schön anbraten. So. Ihr konntet gerade noch nicht reden. Der hat ja den Mund noch voll reißt. Der Rauchtofu ist jetzt hier schön am anbraten. Ich lasse den schön dunkel werden. Der soll ja auch ein bisschen was an Geschmack entwickeln. Vielleicht tue ich auch noch ein bisschen was von meiner Soße da mit hinein. So Löffel für Löffel. Mal gucken. So. Unser Reis ist soweit. Ich tue jetzt schon mal so ein bisschen was hier auf meinen Teller. Auf meine Bowl Schale. So. Mein Vater wird jetzt sagen, kriegen wir doch Besuch. Weil so viel ist. Aber nein, wir kriegen keinen Besuch. Tofu ist schon fertig. Ich verteile die mal hier gleichmäßig in der Küche. Eine Avocado, die schneide ich mir jetzt mal eben auf. Und dann nehme ich da gleich den Kern raus. So. Einmal kurz mit dem Messer hier vorne einfach reinhacken. Dann kriegt man den Kern da wunderbar raus. Dann nimmt man sich einen großen Löffel und dann kann man sie da rausschälen. Habe ich aber glaube ich schon hundertmal gezeigt. Deshalb funktioniert das heute auch nicht. Doch. Wie immer. Schön. So. Gleiches Spiel nochmal. Super. 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 Ich schneide die einfach nur dünn auf. Und dann kommt die halt in meine Bowl hinein. So. Einfach hineingelegt. Und so ein bisschen aufgedrückt. Schön. Nummer zwei. Voila. Wie viel Gurke wollen wir? So viel. Ich habe mir eine schöne frische Bio Gurke gekauft. Die schneide ich mir jetzt mal eben auf. Und dann werde ich mal eben das Kerngehäuse daraus nehmen. Und dann mit einem großen Löffel? Ne. Mit einem kleinen Löffel mache ich das. Okay. Das ist hier rein. Ja. Ganz simpel. Ganz einfach. Fertig. So. Ich drittele das jetzt. Und dann schneide ich mir hier einfach so kleine Würfel runter. Ein bisschen Salz auf die Gurke. Dann tue ich jetzt hier ein bisschen was von meiner Gurke hin. Eigentlich soll das da hin. Und eine kleine Standfläche geschnitten. Und jetzt schneide ich hier einmal runter. So. Und das tun wir uns zur Seite. Das wird meine Frau gleich sich genüsslich rein tun. Und ich schneide das jetzt hier einmal in Streifen. Und dann werde ich kurz die Schale runter schneiden. Ich schneide jetzt meine Mango kurz runter. Währenddessen kann ich ja natürlich ein bisschen hier quatschen. Man könnte natürlich jetzt auch noch hartgekochte Eier machen. Man könnte, also wenn man es nicht vegan machen würde, so wie wir jetzt. Man könnte auch Karotten kurz anbraten. Schönen Gruß an die Anfrage in den Kommentaren, wie man süße Karotten macht. Ich mache demnächst nochmal ein neues Video. Auch wieder eine Bowl. Da werde ich dann süße Karotten machen. Damit man das dann auch nochmal genau sieht, wie man das macht. Und dann mit Spiegel rein. Ja, müssen wir mal gucken. So. Ich habe hier so ein paar kleine Tomaten. Die werde ich nur halbieren. Und ich habe hier jetzt auch noch ein paar große Tomaten. Die werde ich füttern. Die große noch da. Wir wollen das ja eigentlich auch hübsch bunt haben. Eigentlich hätte ich die Tomate hier zwischen machen müssen. Damit sich das in den Farben besser ausgleicht. Das habe ich jetzt blöderweise nicht gemacht. Dann machen wir noch ein bisschen Tomate hier in die Mitte. So. Und dann kommt als nächstes der Tofu. Hier unten hin. Hallo. Mal schön hier dahin gehen, wo du hingehen sollst. Das sieht doch schon ganz genial aus. Das sieht richtig, richtig, richtig faul aus, ne? So. Dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Salz über die Tomate. So. Ein bisschen Salz machen wir jetzt noch hier über die Tomaten. Ich will da auch noch ein bisschen Pfeffer drauf haben. Das war's. So sieht unsere mega schöne Bowl aus. Meine Stäbchen noch drauf. Und dann werde ich die mir gleich verspeisen. Damit sind wir leider schon wieder am Ende von diesem Video. Das war natürlich super schnell. Jetzt ist ja natürlich auch noch so ein bisschen was zu machen. Ich werde mir nochmal Gedanken machen über eine neue Bowl. Die werden wir dann auch in den nächsten Tagen noch schnell machen. Weil ich finde Bowl schon genial. Das ist eine tolle Art, super frisches Essen zuzubereiten und zu essen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Wir würden uns über Kommentare freuen. Schreibt auch unten gerne rein, was wir machen sollen. Oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt für eine Bowl, schreibt es mal unten rein. Machen wir gerne. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Und dann sagen Tschüss. Danke. Und Frank vom footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.